Wir sind in Position. Da haben wir gestern noch zugeguckt, Alu, als ihr richtig schön ein bisschen gespielt habt. Ja, zum Ende hin wurde es nochmal gut. Am Anfang richtig schlecht, zum Ende hin zweimal gewonnen. Es geht halt so schnell. Also eine Konstante in dem Spiel finde ich viel schwieriger. Ich vermisse das Bauen. Da gewöhnt man sich schnell dran mit dem Bauen, ne? Ja, wenn du angeschossen wirst erstmal Defense bauen, ja? Das ist das A und O. Ist ja, äh, PUBG, nicht PUBG, Fortnite besser? Ah, das kannst du ja nicht vergleichen, ne? Ganz anderes Spiel, aber ich mag das System halt sehr. So, ist das jetzt besser mit der Leistung? Ich würde sagen, ja, läuft flüssig, Bram. Schön, schön, schön. Ich bin noch ein anderes Team runtergekommen, ich glaube nicht, ne? Ich habe auch keinen gesehen. Hier liegt noch bei mir eine, ähm, eine Rampart und eine Rüstung. Kommt man da nicht hoch? Draußen ist eine Leiter am Dach, äh, um aufs Dach zu kommen. Ohne ist auch gnädig. Ohne ist eigentlich immer gut, hä? Ein bisschen Bandagen mithaben, kommst du eigentlich überall hin. Bei der ersten auf jeden Fall. Okay. Hat der aber noch einen Rucksack irgendwo gesehen, den der nicht braucht? Äh, ja, jetzt gerade bei mir. Jetzt genau da, wo ich stehe. Dann komm ich mal dahin. Erste Haus nach der Kreuzung. Fuck, ich habe noch keine vernünftige Waffe. Ne, Waffen sind hier gerade rar, ne? Ich markiere gerade mal eben das Haus da. Ah, da unten das Haus. Okay. Ich war schon oben. Können wir machen. Du kannst auch noch die Boote looten. Ja, das sollte man tun. Boote looten. Toll. Hades. Oh, ich habe das Gelbe vom Ei. Oh, die Hades finde ich eigentlich schon ganz nett. Ja, du kannst keine Aufsätze drauf, also du kannst ein Visier drauf packen, oder? Hey, die kommt. Na doch. Geht mittlerweile. Ach, das geht noch von den Zombies nicht. Ah, deshalb. Ich sehe noch einen Zweierscope für einen. Oh, cool. Eine GKS. Oder ein Reflex-Visier. Also zwei ziemlich gute Sachen. Ich nehme sie einfach mal mit, sagt mir gleich Bescheid. Ja. Ich habe auch noch Reflex-Visier hier. Mucksack müsst ihr noch ansagen, habe ich noch nicht. Ah, da oben ist einer. Warte mal. Hier auf dem Dach ist da einer. Hier ist auch noch ein Holo bei mir. Und hier ist auch noch eine Saug. Die findest du mittlerweile echt cool, oder? Ja, ist auf jeden Fall besser als die blöde Shotgun. Im Nahkampf ist sie halt geil, aber... Spitfire? An sich... Würde ich jetzt auch... Ah, ne. Ist auch nicht... Gelbe vom Ei. Gehen wir rüber auf die andere Seite, oder bringen wir... Ach, ihr seid schon drüben. Hey, viel zu spät. Wir looten hier schon. Hier, die kommt hier nochmal geflogen. Vielleicht in die Rampart die schnelle Magazinarbeiter auch nicht reinpacken. Ja, das funktioniert irgendwie bei manchen Raffen. Ich kann es dir nicht sagen. Der Profi wird wissen, dass das keinen Sinn macht, weil... Und das steht gleich bei euch im Chat. Naja, nur Profis im Chat, das ist auch immer ganz wichtig. Bei mir in dem Haus lass ich jetzt die Visiere liegen, die ich gerade angesprochen habe. Ich hab immer noch keinen Rucksack gefunden. Was ist denn da los? Ah, hier. Ich hab einen. Äh, jetzt hab ich einen. Muss ich nur beschweren, dann geht's. Rucksack oder Gegner? Einen Rucksack. Einen Gegner war auch nicht. Nee, Bram meine ich. Einen Rucksack. Einen Rucksack. Einen Rucksack. Einen Rucksack. Aber, so richtig. Braucht jemand noch ein Visier? Jawohl. So, jetzt geht los. Also nur so kleine? Poschka, Gold. Bums. Hallo? Hallo? Hast du ja gesagt? Entschuldigung, dann hab ich dich gehört. Wenn ja, in der Tankstelle. Nee. Du hast jetzt hier eine ICR liegen lassen, was mit dem Fall ist. Ja, ich hab eine KN mitgenommen. Kannst du haben, schenke ich dir. Ja, sag doch was. Also logischerweise findest du die besser. Ja, KN, AK, ja die ist schon gut, finde ich. Die ist auch schon gut, ja. Würde ich auch als AR. Wenn du die voll ausgerüstet hast. Was? Die ICR ist aber toppt hier anscheinend, ne? Die ICR ist sehr gut. Ja, aber die KN auch. Ja. Okay. Wir können... Wir haben noch eine Zweier-Rüstung bei mir auf der Tankstelle. Ist das eine Tankstelle? Ich glaub schon. Vielleicht. Wenn nicht, dann ja. Ja. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Wir sind drin. Auto irgendwo. Wir sind voll drin. Ja, hier sind wir ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Ja. Wenn ihr ein Trauma-Kit habt, natürlich sofort nutzen, ne? Das nutze ich tatsächlich nie sofort. Immer erst nach dem ersten Kampf. Ne, die 50 HP entscheiden den ihr. Wir gewinnen den ja. Wir sind auf jeden Fall Gegner auf 75 Osten von uns. Norden von... Von den anderen beiden. Weißt du, wo die Rüstung war? Ähm... Ja, sag ich doch. Auf der Tankstelle. Genau. Obendrauf? Ja. Sie haben hier 75 bei uns. Hm. Sieht mich langsam zu den Gegnern hin. Oh, da ist eine Paladin bei. Oder ist das eine Matroschka da? Ja, ich glaub das war eine Matroschka. Ja, aber ich hab eine Paladin. Was? Du hast eine Paladin? Dann gewinnen wir ja jetzt. Hoffen wir doch. Paladin ist halt der Overshit. Ja. Jeter. Wobei letztens hab ich mit der Paladin so viele Leute immer gehittet und nicht down bekommen. So, ich hab mal da mal das Auto. Du hast gesehen, dass er nach rechts weggelaufen ist, ne? Ja, der ist da rechts in der Halle. Kommt jetzt eigentlich auf uns zu. Hab ich. Ne, du hast ihn Matroschka. Das heißt, irgendwer hat hier eine Paladin. Ne, ich hab auch vorhin nicht geschossen, Dalu. Du hast ihn gedowned. Ich hab's doch gesehen anhand deines Symbols. Aber vorhin nicht. Ja, aber. Dass du das gesagt hast. Ich hab das Symbol dir gesehen. Fährt was? Achso. Ja. Der war direkt tot, ne? Ja. Der war direkt tot. Der war direkt tot, ja. Bei Alex, im Haus. Oh oh. Bin safe. Bin safe. In der Halle. Ich nicht. Ach du Scheiße. Oh Gott. Aus der Tür kommt auch noch einer rein. Habe ich down? Genau die Tür über in der du stehst. Einer ist down. Zweiter auch. Tot. Ja. Okay. Nicht vergessen, Jungs. In der Tür gibt es noch Stuff, wa? War das noch von uns gerade? Direkt zu? Ja. Ich würde auf die AK gerne wechseln. Ich droppe meine ganzen Aufsätze. Ich würde die gleich gerne wieder aufheben. Hui. Ich hab nicht vergessen, dass hier noch einer lebt, wa? Jungs. Ja, du. Ich seh dich. Du lebt hier noch einer? Ich seh dich da beim Backup, Bram. Ja, 261. Direkt vor der Tür steht der. Der kann natürlich aus allen Türen rauskommen. Der gehört ja nicht zu dem Team. Okay. Hier sind wieder die Platten drin für die Quest. Wo sind die überhaupt umgefallen? Äh, hier an dem Gabelstapler. Wir müssen relativ weit wieder laufen, aber das geht noch, glaube ich, ne? Wollen wir rechts raus? Ob man hier rumsteht? Hier noch. Ich hab leider keinen Sensor da. Der hat keine Rüstung mehr. Gut, aber es ist überhaupt gesprungen. Aber ist er weggerannt? Wahrscheinlich, oder? Als er überhaupt noch da war. Kann sein, dass das der zweite war, den wir gerade geplatt gemacht haben, oder? Ne, ne, der war auf jeden Fall noch draußen, während wir, äh, drinnen waren und schon, äh, ihr sagt, sind alle tot. Achso, okay. Da. Da schießt er. Oh Gott, nicht mit dauernd. Er hat noch Rüstung. Äh, ist er rechts von der Harte da noch irgendwo? Komm, ich geh back up. Ja, er ist in die erste Halle reingegang. Ich hebe jetzt auf. Ich seh jetzt grad ne Chance. Er piekt wieder raus. Krieg weiter bitte. Ab ihn. Wir geben euch Deckung. Er ist tot, er ist tot. Achso. Okay, ja, nice da looten. Naja, dann geh ich ihn kurz noch looten. Vielleicht habt ihr was zu so teilen dabei. Eine Zone kommt, ne? Wir haben einen Quad hier, aber das bringt uns nicht viel. Ich mach Paranoia mal an. Hol ich Bram ab, der steht so nah am Zonenrand. Ja. Oh, der hat zwei Sensorfälle dabei. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ui. Vorratslieferung unterwegs. Achtung Stein. Wir haben alle keine Rüstung. Achtung Sepp. Oh nein. Oh, sehr schön. Wuuu. Achtung Alex. Ja, ich weiß, ich hab die Rüstung jetzt vergessen. Sprich immer hin, schnell weg. Ich weiß, ich hab's gesehen. Das Auto stand hier grad noch nicht. Dalu hat mich auch überfahren. Das Auto stand hier grad noch nicht, oder? Ne, das stand hier nicht. Ich hab hier vorhin den Squad abgeholt. Zombie-Kiss ist gespawnt. Ja. Ah, das wär ne Safe-T3-Rüstung, ne? Ja. Vielleicht sind die auch da hingegangen. Dann wissen aber auch alle, dass wir da sind, ne? Also, ich würd definitiv absnacken gehen. Da können wir einen kleinen Sensor-Pfeil auch in die Umgebung setzen. Hier ist einfach ein Sensor-Pfeil auf die Halle. Ja. Ah, was ist das Rote da? Da ist ein Gegner drin, oder? Ja. Würd ich auch sagen. Oh, das ist ein Zombie. Ach, das kann sein, genau. Das kann sein, das ist ein Zombie. Ups, hast schon geschossen. Fuck, mein Fehler. Hast du beide Sensor-Pfeile jetzt da rein? Nee, ich hatte auch einen. Oh nein. Das sind die Zombies. Ah, das sind die Zombies. Wir halten leider echt viel aus. Wenn ihr ein Äffchen habt. Gar nix zu werfen, leider. Ansonsten pickt ne... Denkt dran, draußen ist leider auch immer noch ein Zombie. Das ist der, der meistens suckt. Und ich geh raus. Auch von außen wird geschossen. Von der anderen Flussseite ist ein Team. Wo? Äh, 60. Habe ich down. Jetzt habe ich einen Affen. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Der ist ja auch rein. Wir reden auch die Zombies. Hier draußen ist einer bei mir. Down. Okay, wo ist der letzte Zombie? Aber auf der anderen Seite. Geben hin. Hier ist er. Hast du? Ja, hält richtig viel aus. Guck mal nach. Müsste ne T3 Weste sein, oder? Was haben wir als Waffe? Ja, T3, Paranoia, Raketenwerfer. Ja. Okay, schade. Schade, ne Niete. Aber du hast doch eine alte Rüstung da reingedickt, oder? Ne, ich hatte keine Ahnung. Ich war schon down einmal fast. Ja, hier wird geschossen. Der Snipper. Oben aufm Berg. Und da, ja. Morgen ist auch schließlich noch ein Cluedes Stream. 17 Uhr ungefähr. Achtung, Vorräte im Anflug. Hier ist so ne Weste bei mir. Oh. Oh, ja. Leider von euch noch ein Long Range Scope. Also 2, 3, 4. Ne, aber scheiße, da unten drin war eins. Ne, leider nicht. Alles easy. Finden wir schon. Ja, das ist rechts. Das ist NW. Aber ist ein Stück, glaube ich. Oh. 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 Oh, ne. Hört sich nah an. Oder näher an. Wie ist das Scope bei mir? War es halt Sniper Scope? Wie ist das Scope? Ja, das kann ich nicht nutzen leider. Achso. Ja, dann kannst du aber mein 3er dafür haben. Weil ich schon abgelegt habe. Ich hab's, ich hab's. Das war in der Kiste drin. Hier vorne wird irgendwo... Nahgeballert. Super, ich hab nochmal mit dem Sniper Scope raus. Und rein. V versuch mal. Während du zooms. Ne, V ist es nicht. Nachkampf, ne? Dann kannst du mit dem nicht anders... Dann hat das nur eine Zoom-Stufe. Da hinten an der Brücke ist... Wird auf jeden Fall gefightet. Waffenkiste. Oh, nice. Oh, Team direkt vor uns. Ähm, 340 hinterm Stein. Gesehen haben die uns, oder? Ja. Hier wären eine komplett ausgerüstete Titan drin. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Shit. Ich seh die nicht. In welche Richtung schießt ihr? Nordwest? Der war tot. Der war tot. 234 hinterm Stein. Das war auch der, den du meintest. Du hast eine voll ausgerüstete Titan in dem... in dem Haus in der Kiste. Ich nehm lieber... Nimmst du die, Alex? Ne, ich nehm die Aufsetzerwände dann runter, oder? Ne, dann nehm du meine Koschka. Ach, die Titan. Ne, ne nehm die. Hilf ein Rohr. Hör auf dich doch. Ja, ja, alles klar. Voll ausgerüstete Paladin, die wär lange weg, Zepp. Hm, ich hab... Ich hab... Ich hab auch gerade gedacht, Dalu, was ist denn los? Wir wären nicht in der Kiste geblieben. Wir wären nicht in der Kiste geblieben. Gönnerlaune, der Dalu. Hier, wo sind's da? Der war auch alleine. Das ist komisch. Ich hab noch einen Viererskopf. Der Kregner Klaus 300 in dem Haus. Jo. Obwohl auch schießt der. Links auch noch Schüsse von uns. Der wird beschossen von links, ja. Hab einen gekillt. Wo ist denn der von links? Ja, wenn wir uns aufpassen, von 336 müssten dann auch wegschießen. Ja, ja. 15 auch. Boah. Okay, wir sind mittendrin. Hallo. Äh, der geht zum roten Haus. Boah. Einen hab ich down von 15. Einen hab ich down von 15. Einen hab ich down von 15. Weitere Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Scheiße. Ja. Der lebt noch. 15? Ja, am Wasser. Ja, in dem roten Haus. Schieß mal Sensor-Dart. Hab ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr. Ja, nice. Nice, nice, nice. Links außen komplett, ne? Oh, hinter uns. Hinter uns. T3, äh, Team. Oh. Die kämpfen gerade gegen das rote Haus. Lass die mal fighten. Die fighten gerade das rote Haus. Das ist total gut. Einer davon ist tot. Aua. Hat er mir gegeben. Alter. Rote Haus, einer tot. Und hinter dem Stein ist der andere. Aua. Ich wurde gesnipet. Kann einer das Haus hier kommen, schnell? Ja, ja, ja. Aua. Oh, er snippt mich auch. Oh Gott. Äh. Ja, Dalu. Ich muss eben kurz gucken. Weil ich das überlebe. Äh. Hauptsache. Ne, ne. Von dem, auf den ihr ausschießt. Der hinter dem Stein. Oh nein. Das ist er. Dalu. Ist Branden sicher? Komm zu dir, Alex. Ne. Noch nicht. Ja, du den pushen mal, oder? Oh, war der zirka? Äh, nein. Genau bei 78. Er ist im Haus drin. Oh nein. Nein, Quatsch. Ich hole ihn zuerst. Ein Fenster muss er kaputt. Alex, links, links. Schön. Ja, nice. Test down. Das war er. Uh. Uiuiuiui. Ja, wenigstens nicht gefinisht. Hat er. Konnte er nicht. Oh, ok. Zone kommt. Ist teuer. Haben wir noch irgendwas zum heilen? Ja, ich droppe neun Bandagen, sobald wir hier. Ist einer hinter mir? Ja, ich. Alle ungefähr. Neun Bandagen sind gedroppt. Dankeschön. Geh ein Haus weiter. Irgendwas. Moment, was jetzt passiert. Oh, hier ist auch ein totes Team. Ich war ein toter Maid. Hier ist ein Dreier-Visier. Oh! Ich hab hier... Das ist wie erschrocken. Ululu. Ein Team, ein Team ist 300. An der Zone. Ah, dann hab ich den doch grad da gesehen. Wie sieht die Munition bei euch aus? Hast du in den Schuss gerannt? Brauchst du welche? Ne, aber ihr vielleicht? Also, ich hab noch... Ne, bei mir ist alles cool. Ok. 293 genau läuft einer. Und zielt jetzt... Nach NW rüber. Und rennt auch nach NW rüber. Also ist wahrscheinlich hinter uns gekommen. Ok, wir müssen auch laufen gleich. Ja. Der ist quasi unten bei den Häusern bei 309. Da in die Richtung ist der gelaufen. Zwischen 309 und 300. An dem weißen Haus? Genau. Und von da aus nach links gehend. Irgendwo da. Vielleicht hinter dem Baum. Oder sonst wo. Ich hab ihn da nicht mehr weglaufen sehen. Er hat besniped. Also er schießt noch nicht. Aber er zoomt auf mich. Ich seh ihn. 285. Hinterm Stein. Läuft weiter links hoch. Zwei Leute. Zone bricht gleich. Und wir wissen noch nicht wo der Rest ist. Es fehlen noch echt viele. Ich sehe den grad leider nicht. Voll kacke. Ja das Busch. Ja genau das Busch. Da hinten. Jetzt Zone kommt. Zone kommt. Ich bin der meine 195 ist auf jeden Fall noch wer. Ich hab nur Steps gehört aber schwer zu orten. Oh das ist auch close oder eher weiter? Mhm. Kann man so schwer ich sagen in dem Spiel. Das ist meine Affe. Vielleicht kommt hier noch wer von links. Ja. Definitiv zusammenbleiben. Unten bei den Tanks wird gefeitet. Ja aber die den High Ground haben die schießen dann grad runter. Ja. 330 irgendwo. Oh ich werd besniped. Die Zone kommt her. Hängen grad scheiße. Sonder gehts noch durch oder? Hopp. Keine Deckung mehr ne? Oh hier drin ist einer. Hab ihm einen Hit gegeben. Er hat einen Sniper Hit bekommen. Noch ein Hit von mir. Ist nicht down. Lol. Meiner ist down. Einer hab ich down. Oh mein. Mich. Meiner ist down. Also der hier ist down. Einer hab ich gefinished. Ich auch. Es gibt also noch wer. Ja. Hallo. 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 Ja ich seh ihn. Er ist down. Nice. Er links am Container. Er ist tot. Er ist tot. Wenn der Full Metal Jacket hat, ballert der rein. Oh Gott. Hallo wir haben's geblockt. Ich hab mein... Ich will eigentlich hoch. Wir müssen links rum dann ne? Fuck. Aua. Okay. Bram der schießt durchs Fenster. Pass auf. Der schießt durch die Wand? Ja wenn er die Paladin hat. Zone kommt. Ich bin down. Ja ich stepp. Für mich? Ne. Keine Chance. Ich werd beschossen sogar. Gleichzeitig. Naja. Der hat mich auch. Durch die Wand hat er mich da weggemacht. Der Arsch. Du verlierst 10er Ticks oder 20er jetzt. Ja ich weiß. Fuck. Oh kacke. Schade. Zweiter Platz. Das war ein Team. Ich hab mal daneben geschossen. Das müssen wir machen. Schade schade ey. Hab daneben geschossen. Aber gute Runde. Geile Action. Aber wirklich coole Fights bei gewesen. Schade. 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 Ja. Vielen Dank.